Ich mach ja mal kurz vor Affen Lightbeam Hey Jungs, ich muss schlafen gehen, okay? Also tschau Tschau Ja, Spaß Ja, das soll ein Spaß sein Ja, ich hab Corona bekommen Ja, das soll ein Spaß sein 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 Ach, bei mir ist immer noch Ladebildschirm Ach, bei mir ist immer noch Ladebildschirm Ist bei euch immer noch Ladebildschirm Ja, immer schwarz Der Ja Was löst Hallo? 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 Ich bin gleich wieder da Boah ey Wir leben doch noch Ja, sag ich auch Ich sag grad, mein Auto wäre kaputt Na was? Ich hab auch eine Neuphorie Ich hab auch eine Neuphorie Ich hab auch eine Neuphorie Ja, das soll ich mal gerne sein, okay Ich hab auch eine Neuphorie Ich hab erstmal gerne eine Neuphorie Okay Ich bin Solo. Nee, ich hab kein Corona. Was? Soll ich jetzt sagen, was drinnen ist? Gar nicht. Nein! Bananen laufen in Burgen. Es sind Gummispielzeuge drinnen. Und noch was, wo wir vibrieren tut sogar. Wow. Ja. Ich kann keine Uppressort annehmen. Hab ich das einfach gesagt, oder? Jawohl. Wandern. Upp! Falsche Richtung. Ach du Kacke, wo sind die denn jetzt? Flankenstoffabmussbildchen in besonderen Gegenstand verticken kann. Wer hat alle verstanden? Ich... Ich... Keine Ahnung, ne. Okay. Ich bin online gestellt. Und das packt wieder rum. Kannst du nur noch 5 Minuten warten, weil ich möchte nochmal in einem Verkauf hier noch schnell backen. Weil ich mich nicht schnell wieder Downs mit mir macht habe. Ich kann nicht so verstanden. Und da kann ich nicht so verstanden. Ich bin hier gestorben. Danke. Sag es auf einmal. Schlaf, Kindlein, schlaf. Sag es erst mal. Ich bin nicht wunderschön. Verpfst du doch mal Hurenzahn. Leon, du sagst schon erst so, ich bin nicht müde, aber ich werde müde. Hört man die alle, wenn eigentlich die Mane Party? Mach's mir, ich hab an eigentlich die anderen. Katja, war nicht so gut im Bett, sag ich nur. Ey, man hört euch immer in den Stream, ne? Jetzt wollte ich euch was sagen, Katja, krasser Witz, war nicht so gut im Bett, aber für gut im Auto. Nein. Ey, du kannst mich jetzt inladen. Kick den Hund. Ich bin dran, ich war ein Bett als Bot. Na und dafür bin ich zwei Millionen und ich orbitale den Hund. Ich krieg keinen Orgasmus. Ja, ich tu ihn jetzt online stelle. Hey, Baby, nicht so viel Finger an. Oh, wow, was hast du geschickt? Sein Finger, oder was? Du kannst dich jetzt inladen, aber. Ja, okay. Hab schon bisschen Ruhe hier, kann mein Geld machen. Ja, halt mal die Knappe, ich guck dich um, ey. Dann tu ja eh, random Katzenlader. Ich kann das jetzt rumpacken. Mann, ey. Während weißt du? Die behinderte Bulldogge von Tee? Ey, wer schreibt mir denn jetzt? Hast du schon gedrückt? Ich bin online Ich hab nix bekommen Leon, 15 Jahre alt, überfordert Baby, keine Pornos angucken Was? Was? Schon schnitt ich nicht Ich geh auf dich wieder, wo ich auf mein Haar hab Ich geh auf dich wieder, wo ich auf mein Haar hab Oh, du bist mit großem Fenster Was soll ich zahle sein? Ich schreit nur Sonnen Let ich noch mal du Oh, du bist mit großem Fenster Oh, du bist mit großem Fenster Was soll ich zahle sein? Was soll ich zahle sein? Ich geh auf dich Oh, du bist mit großem Fenster Ich geh auf dich Und du bist mit großem Fenster Oder du bist mit großem Fenster Ich geh auf dich Ich geh auf dich ha 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 die h woanders nicht gut Frau Heizungssperre? Nein hieß sie wirklich so eine Lehrerin? Frau Heizungssperre? Ihr verarscht bist doch mit der Hände. Das war dann auch meine da gewesen. Wirklich Vorheizungssperre? 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 Vorheizungssperre könnte meine Heizung sperren. Ich hab nix bekommen. Vorheizungssperre? 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 Dann packst du drum bei mir. oder er leo meint noch frottübke 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 Was ist das Bisschen? Flair, du machst ein Video, dass du jetzt ein kleiner Pastor erzählst. Man, der ist ja so ein Problem. Wenn wir von ihm sind, auch um das zu tun. Was hatte er denn jetzt? Kenne ich den? Was hat sein Auftrag? Ich geh noch mal raus und geh noch mal an, schau mal ein Flaker. Ich bin da, aber ich bin da. Ich bin da, aber ich bin da. Warte mal, warte mal hier. Du warst das erste Bein, ich bin da. Ist das easy, aber ich bin da. Ach, ja. Ach, ja. Ach. Ich bin da. Ey, aber. Leon, wo du weg warst, hat Joe ein paar Mal zu Herr Fette gesagt, Weißbrot. Und Herr Fette ist richtig sauer auf ihn zugegangen. Und er hat ihn so richtig hochkissen. Und wie er immer so selbstbewusst. Wie er immer so selbstbewusst. Wie er immer so selbstbewusst. Wenn er immer so immer Halt stoppt, ich möchte das nicht. Digga. Ich wollte zuerst sagen Halt stoppt, ich fühl mich gewohnt. Herr Weichbrod, kommst du mal bitte, mein Fingern zu schimmeln. Was? Nein, da war ich auch noch. Warte, ich fritte euch gerade bei. Arma, Arma. Oder was? Oder hier war ich noch bei uns auf der Schule, Iron Man? Leon? Weitenmehl! Banan der Haft. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, was ich euch rechte. mit wem soll ich mitfahren mit wem soll ich mitfahren ja dann fahr ich mit Red Bull mit und er weiß noch ich weiß nicht welchen was ich fahren muss oh meine pinke Dieb nicht drauf wo es Red Bull Red Bull warte bitte und weißt noch Frau Leo weißt du wie ich die zu nett genannt hab Schwarzbrot 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 du war ich nicht durch schwarzbrot Und er hat den Ball voll auf den Kopf bekommen. Und er so, sag mal Leon, jetzt reicht er nicht mehr. Was ist denn das? Man muss doch hochstehen. Hey, das wird so viel. Man muss doch hochstehen. Ja, das wird so viel. Das ist ein Kumpel. 2 Ich nehm alle Ey warte Alicato Ey warte Ey warte Ey 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 Ich will auch rein. Kann ich mich nochmal hinsetzen. Ich bin sehr schön. oh fuck Weil du gott, all the guards! Echt? Waaaaa! Waaaaa! Weeeee! 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 Piu! Weeeee! Weeeee! Oh! Ah, Waffel ist heiß hier, aber ich glaube, ich kommt gleich. Du kannst gar nicht. Wenn wir? Waffel, Waffel. Ah, Waffel! Waffel, Waffel. Waffel. Nein! aber nur ist so geiles auto wenn ich manche überwählen nur eine Sache ich bin verhältlich muss jeder einnehmen Ja. Was ist denn das? Ohhhhhhh Was ist denn das? Ohhhhhhh Was ist denn das? Ohhhhhhh 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 Was heißt mit den extraen Polis rausgegeben? Mhm vorbereitet i Low low Barang ballet Do da 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 Prozent ein Jahrhundert wochen Machen wer ist dann bei der nächsten so mitmachen Mork hat hat doch eine andere mit dem größten Müllwagen Kannst du die denn machen, warum wir unsere eigene Autos auch benutzen können? Ich habe einen Wagen, der ist zu krank! 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 Aaaaaaaaahh! Oh mein Licht ist aus! Oh mein Licht ist aus! das war für mich und die anderen und die anderen haben können Ich bin Bock. Was? Ich? Hell, hier. Ja, dann lass mir das Dickerei. Das Dickerei. Dann mach dir die... Ich mach alles auf den Müllwagen bitte. Einen Müllwagen mag ich gar nicht. Ich bin gar nicht für eure Wittlung. Halt mich einfach ein. Weil ich in deine Sitzung reinkomme? Ja, hab angenommen. Ja, ich klipp grad bei... Ich werd alles grad abgerufen. Da müsst ihr euch mal einen neuen Wagen drin ziehen. Der ist so geil, der Karre. Der ist so geil. Du bist schwul. Kannst du Kleidung in Besitz machen? Wir brauchen noch einen. Ist schon gleich wieder da. Der ist so gut. Der ist so lecker an. Der ist so geil. Der will uns reinkommen. Der Dr. und Sie ist einfach recht. Der dr Puchus muss... Der ist so geil. Das war... Aaaaaaah 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 Eww Eheheheh Aber so achiger Hmm Hmm Wahaha Bum 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 Heheheh Hhmm Do we until now? Hey Oh hey Koppelheit Hehehehe Hehehe Hehehe Hrgh Hehehe Hehehe Ich bin wieder allein schon ein bisschen länger, schon seit einer halben Stunde hier ist nichts mehr los, egal, Hauptsache ich hab Spaß und ihr seht mit mehreren leuten 1, 2, Polis, 1, 3, 4, nur ein Wort, ja Ich bin wieder allein ich bin Hä? Hat grad schon wieder einer verlass? Hey, bin ich hier Keine Ahnung. Hat das eigentlich RANDAM wo beigetreten war? Ja, das war RANDAM zurück gewesen. Toll, das ist wieder ganz normal bei RANDAM, wieder Standard. Kann man nicht gebrauchen. Ich hab vier eingeladen. Wenn alle vier kommen, dann kickt drei davon. Wenn alle vier kommen, dann verbrich ich mich. Frau Heizungssperre, wo bist du? Was ist denn hier los? Geh trotzdem ran und ich ärgere dich nochmal damit. Wurde rausgeschmissen. Wurde rausgeschmissen. Wurde rausgeschmissen, hallo. Na und? Dann zocke ich schon mit meinen Jungs. Hi. Das finde ich jetzt nicht akzeptabel. Hä? Was, dass ich einen langen Schwanz hab? Kann meine Freundin bezeugen, dass ich einen langen hab? Ich hab weder nicht wissen. Ich muss doch ein paar Details wissen. Nein. Ich krieg keinen Orgasmus. Oh ja, blaß mir ein. Schmeckt so gut. Nein. Nein. Hallo, Dux. A lot of pee. Nein. Nein. Ja, Baby. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein nicht. Nimm mich in Ruhe. Ich sag das mein Hausarzt. Ist nicht lustig. Da. Oh du. Ach du. Nein, geh nicht ins Wasser. du bist nass Jovo man rennt doch nicht direkt runter du Wurken so schwimmen um combo 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 hi m wo hat sie das Leben hallo kann mich auch jetzt mal jemand einladen kommen nicht durch die verarschen alligato wie heißt du eigentlich also ich heiße Paul ich verstehe man hat der Lernerstuhl keine Ahnung wenn man kann oder er will ich nur bestätigen gegen oder erwähnt sich er und guckst die Oma Porn an wie lange kennst du Lea? äh schon länger ich klappe schon zu drei Jahre zu drei ich kenn, ich kenn ihn ich kenn ihn vier, drei Jahre lang war mit ihm auf ne Schule deswegen auch diese Sprüche mit Frau Heizung und wir haben eine Lehrerin, die heißt Frau Neurohr ich denk mir manchmal nur so Neues Rohr, leg mal die Rohrleitung denk ich mir wirklich nur manchmal so Neurohrig? schon die Rohre verlegt? Gas, Wasser, Scheiße Gas, Wasser, Scheiße Gas, Wasser, Scheiße komm, erst mal was, ey komm, oh, kämp' dich mehr an war auch heiß fach fach Ego-Shooter Ist das ein Shooter-Game? Spiel so auf Wort, nein? äh selten, so ist es ausseiten ich hab mir das heute wieder runtergeladen weil ich brauch ja auch irgendwas anderes ich kann jetzt nicht nur ganzer Bio 4 um Fortnite spielen sind ja wie gesagt, ja wenn man Livestreams macht und dann fragen die anderen hier kannst du mal das und das spielen ja ich hab doch vorhin gefragt ob das okay ist ja hab ich nicht zugehört mir ist das eigentlich relativ egal es ist Twitch oder YouTube 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 hey, sag mal wie die heiße und du's drauf äh, ich heiße Paulus Piu Piu das ist Paulus? Paulus? ja warte warte äh ich muss grad mal kurz gucken ich muss grad mal kurz gucken äh, Baby, schläg auf, mein Handy ist fast leer ja Paulus, ja ja und Piu Piu warte mal hast du Instagram oder wo? nee 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 Paulus weiter Piu Piu also P-I-O P-I-O oder nochmal P-I-O 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 ne P-I-O nochmal dasselbe ja, ja Wurde nix gefunden nix gefunden? nix nur irgendwas über alte Leute schade die Musik nervt ähm ehn p-I-O das ist nur ein ähm, kann ich noch mal auf YouTube gehen? Kann dir mein Buch schabieren? Ja, jo. Großes Pi. Warte. Groß P, ja. Jetzt alles klein. Ja. A, U, L. A, U, L. Das ist wie Paul. Und dann U, S. U, S. Ähm, Leertaste. Diese Leerteile. Ähm, P, I, O. O, P, I, O, ja. Leertasteile P, I, O. Dann müsstest er irgendwo live stehen. Bist du grad live? Ja. Dann hab ich dich. Kann ich mich auch ruhig abonnieren? Ich hab auch meinen ersten Kanal in der Form, aber hauptsächlich nur Kampfsport-Videos drauf. Ja. 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 Du stehst grad dran im weiten Zaun rum. Ja, sag mal die Hausnummer da. Und du fahrst ne Rübner. Ja. Ja. Ich sehe dich aus dem Wohnzimmer, ey. Ich fär mich einfach an. Ich hab' die Mache. Ich bin da rein und überlegen ob du's machen tue. Nein. Ja. 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 Nee. Bei Twitch hast du viel mehr Regeln. Und dann dürftest du Ober-Oberkörper-frei wir sagst nicht zeigen und bei Youtube konnte das machen. jetzt aber ich kenne die Twitch-Regeln gar nicht, aber es interessiert mich schon nicht. Wofür brauche ich Twitch? Nein. YouTube kann man viel mehr finden auch. Mhm. Außerdem bei Twitch muss nur so gut wie überall Mitglied sein, sodass man mehrere Sachen gucken kann. Fürs ist ein viel mehr Geldmacherei, aber das so gar nicht. Ja. Moin. Dominik ist wieder da. So bei YouTube du kannst hier zum Beispiel Handy neben den Schlägen und kannst da socken. Noch währenddessen. Ja. Bei Twitch und ist du kannst gar nichts mehr außer dem Ende Typen zu gucken. Ja. Lukas? Kannst du ein paar Twitch-Regeln? Nee, nicht so, aber... Bei YouTube? Nein, nicht so gut. hm Zwei Leute sind immer dran. Ich habe noch zwei Leute, die sind hier drin. Jo, war. Schönen beide bekomm'n. Ich brauche, Rausch, doch mir, ich hab doch. Akt 1 ist ich hätte noch 2 abflucht vorbereitungen bei Tings für ab 1 zu starten Nein, 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 nein Tü 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 mit zwei Sterne für nichts oder war nur weil ich müssen freie die Tü 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 z Schatzschweig an Kassels auch Wendor Miet was hat es doch nachgesetzt und so die Füße ein Zulocker und die Klapp was habe ich und die Klapp und die Klapp also seine Verbindung ist richtig klar ich verstehe ich nicht alles zu meinem Schlapp ausmachen äh tust du ein Stolz den GTA abfacken Böde was wollen die ja verschießen die mich einfach ab haben die Probleme oder so bitte nicht machen bitte nicht in der Version der ist gerade nicht da warum gleich wieder weil ich bin gerade in seiner Lobby und ähm ja ich wollte fragen ob ihr mir ähm mit mir Geld machen könnt weil ich habe echt wenig also ich will an meinem Deluxe so ähm link also Raketen und so anmachen und ich brauche äh ja 198.000 und ich habe 140.000 also so 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 er ohne ahh er gleich langer ein so die zeich各 Peter haben die ... nun mit weh und wenn es nicht sehen traurig tausend zählen am gerät studienkrieg voll so macht ein zweiter die hohe er hat die Partie verlassen er hat schon Poco Fakt 1 5 zu 50 300.000 für jeden 3 400.000 ich komme in der Sitzung in die Stadt es würde zuerst die Scheiß Mission machen und danach zum Abschluss bisschen Spaß haben oder zuerst den Spaß danach die Scheiße na zuerst die Scheiße dann den Spaß ich sag nur viel Spaß im neues Hauptquartier ich trete jetzt bei dir bei in deine Sitzung so schwer mache ich komme nicht wieder ich muss auf ok die Sitzung ist und feiern auch nicht feiern die Kappa die Sitzung ist und feiern die Sitzung ist und feiern die Sitzung ist und feiern die Sitzung ist und vor dem Vielen Dank. 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 Ja. 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 wollen wir einfach bringen ihn noch einfach ganz schnell um so gefälligte Leistung kommt es wird nirgendwann nix so lang wenn er drin ist und haben die scheiß Gäste zu werden draußen und dann im Hubschrauber als Horror so ist Horror ich habe mir so eine kleine bloß geht es ist so ähnlich wie die Tabak ich habe ich habe auch schon in der Hand lange sind wir runter warten wenn die Menschen wussten warum wir das machen würden sie uns bedanken für was wir hier wirklich entspann du dich hier draußen ne warum Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht Ich bin nicht Ah jetzt gehts So easy Bleib du Rücken Deckung Hab ich Hab ich Oder ne? Ich mach das schon Hab ihn Geht Achtung Kamera Was? Kameras Kamera Ja jetzt ist sicher alles Ich dachte mal jetzt ein Hund Ja Digga warum schreit der Weißt du nicht was er da ist Was Was ist das Was ist das Wir bleiben da immer zusammen okay Mhm Domenet Niemand nachschießen Achtung 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 Nicht schießen Kommt mir hinterher Hierher Direkt herum dann hier so Gäste Gäste Wir kasselstestes Spenden Warum soll ich nicht Spenden Weil sie dann alle mit Wir können hier ganz leise durchstehen Ja Ich würde das jetzt so gerne auf Assassin's Creed Art machen Wollte ich auch aber hab ich gedacht ne Okay Geh du zu A ich mach B Ich muss ihn abknallen aber mit dem Headshot B A B Geh du zu einem anderen Punkt du Kit da oben Du musst die Dinger hacken Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's I'm paying for results, people! Deliver! I need three more servers! I need three more servers! I need three more servers! You there? Okay, you're looking at a network node manager. To circumvent the firewall, I'm going to need to connect the nodes from our array to theirs. Connect the compatible nodes, data starts flowing. Connect the incompatible nodes, it triggers an error. So scheiße, prospektive, ja. Ich hab' keine Ahnung wie das funktioniert, ne? Ich triff irgendwo hin. Geh raus, soll ich's machen? Ne, alles gut. Muss immer nur verbinden. Mein Taktik ist immer erst alles oben, Mitte, also alle einfach auf dieselbe Höhe, da ein Dreieck. Gucken, wenn, ja, mit Glück stimmt's auch manchmal. Ne, ich hab's jetzt. Hintenrum, hier, hintenrum, hier, bei mir! Ich find's so lustig. Wirst du D oder C? Geh nach D. Gut, ich bin nach C. Das Ding ist auch... Vergeht er nach D, geht er zusammen, Folke? Aber dann haben wir noch eine Chance. Irgendwie. Da kommen gleich 100 Neussy-Typen. Schwerst bewaffnet und alles. Ich hasse es, wenn da drinnen zwei Leute zusammenstehen. Ich bin bei C. Ich bin bei D. Gar nichts verkackt, stimmt bei mir. Bei mir auch. Wie viele Dinger hast du frei? Ich hab's jetzt. Nicht noch nicht. Der Zappel ist. Ja. Alle bin ich guter. Ich scheiße, der noch da. Du kommst da. Bleib bei mir. Wir gehen zusammen. Warte, warte. Kommt zu mir. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Dägel schlagen. Wollen Dägel schlagen. Ich gehe nicht, ich gehe nicht schnell. Okay. Die Berühmte kommen. Wir sind ja wichtig. Ich kann ja was anderes nehmen, ne? Bist du schon bei mir? Ja. Ich dachte wohl, take me. Aber ich auch. Ich hab's. Und wir haben's. Komm langsam mit mir vor. Okay, jetzt kommen wir zurück, wo du kamst, durch die Rays-Control-Rolle, im Datacenter. Wir gehen da lang, wir gehen hier lang. Komm mir nicht durch. Guck auf dein Leben. Ja. Oh Gott, shop shop shop. Mein Link wäre fast ausgegangen. Vorne an der Leiter kommen zwei. Da kommen zwei mit keiner Anwaffe Waffen. Achtung, da, die Seite. Lass nach oben, nach oben. Oh mein Gott. Komm, schnell, komm schnell ran einfach. Oh, jetzt traufen. Traufen, gehen wir langsam. Okay. Da lassen wir uns wirklich Zeit. Und dann müssen wir passen. Fährt geil, wenn ich kein Auto mehr hätte. Gib mal kurz Deckung. Da kommt kaum Leute nach, eigentlich, wenn wir das haben. Da ist jetzt das letzte. Und das mag ich halt gar nicht. Dantik. Ich brauche Rücken, der kommt hier bis. Nein, ich komm. Ich komm. Nein, ich hab keine Munition noch. Du den. Wie geht's. Nicht sterben. vorken 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 kommen nein nicht darunter bisschen blöd so einfach hoch von oben können die stecklich gut tippen meiner wer aber nicht hoch hallo hatte wo gut 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 sein ich bin gleich tot wie ich war hinter dem ohr hoffen müssen wir es nämlich von trinne machen dass man die gefahrt dass man das von trinne machen muss machen muss was ich hatte 42 kölz junger er müsste davon und so dass ich den seiten auch noch Das ist so ekelhaft Tun Sie einen Kommentar für ihr geforscht Ich krieg das hin Sekt Inventar offen Fehlheck Vorspringen Wir springen vor Komm zu mir Wieder ein Du darfst mich da vorrennen Du musst an der Treppe nur laufen Warte nicht vorrennen von der Seite Kommt noch kann machen Wo kommen wir Ich hab nichts mehr zu halten Blöde von allen Zeiten Na Ich weiß Was sind denn so scheiße Na weil ich manchmal auch gestorben bin Weil die dann auch auf allem vom Wenn Weil ich auch Ich sag nur Weil wir es machst nur mal packt Denn weil PSL oben in der Luft dabei ist Und danach Verstirbt man Denn nur packt man sie nicht Weil dein Gefühl doppelt zu schwer ist Als vier müssen Du Puffnuten Mission ist das Ja Gibst du es Schiebe ich 3 mache als Vorbereitung Dafür Akt 3 lieber Vor allem du kannst jeden Scheiß vorkaufen an Missionern aber diesen Scheißdruck ist das ist eine Kunst bei mir das hat immer verkacken ich habe das nicht braucht Ich bin auf der Seite der Geburt. Ich habe den ELEVATOR auf der Überraschung. Wenn du da bist, dann kommst du dich auf. Ich bin auf der Seite der E-Fuzzle. Höh! Ich bin auf der Seite. Ja! Ich bin auf der Seite. 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 Dann. Du drückst den 200 Heldschutz, dass sie sterben erst nach gut 300. Vor allem, ich sitz gerade richtig in der Ferne. ein bisschen um mit der letzte spack ich bin grad so low auch vor allem früher ist man da oben gespawnt früher immer hast du aber nicht jetzt müssen die den scheiß zu machen ich bin gut im bereich mit dem leben wir warten bis unser Leben wieder voll ist wir laufen jetzt Zeit okay und wir kommen jetzt hier eine Stunde oben Gammler komm nach ihr hin kommt mir nach hinten komm hinten dran komm hinten dran wenn ich ne zu mir ich bin hier wir warten jetzt einfach hier oben warte ich hab granatwerfer killst du den kill den schnell denkst du Bier Moin. Die flexen, das sind flexen. Das sind flexen der Hunde, die nix anderes in ihrer Freizeit machen. Achtung von hinten, kommen sie gleich. Wie können die mir so damage drücken in der Sekunde? Alles klar, was ihr da? Kommt du dich um die Tanten? Hm. Let's go! Let's go! Ist normal, ein Bulle überlebt, der auch in den Raketen da verschuss. Wir können jetzt langsam vor. Komm vor langsam. Noch drei Gegner. Der Helios ist eigentlich gefechtsuntauglich. Ich bin so low wie da. Junge! Geht auf die Gleiter aus, du dummer Hurensohn! Geht auf! Hauf einfach schneller! Immer hoch mit X! Komm, komm her, jetzt zahl mir den Stress! Soll ich fliegen oder willst du? Du! Ich kann nicht fliegen, bin zu blöd! Kannst rein, kannst rein! Nein! Nein! Und jetzt noch ein Lucky hat schon kassieren! Was war das? Ich habe das nicht. Beinahme. Das ne, kann Karte plüten! Wo die, wo die Polizei hat. Ich bin ne, ne Waffenkammer. Ich bin ne Waffenkammer. Brauchst du ne, müssen uns schmach. Guck, mir fliegen jetzt schön durch den Bereich von den Türsch. das ist geil an der kula das ist glaub ich nicht wie erleichtert ich gerade bin das ist ein gefühl wenn man diesen sohn hat bei der mission ist der druck von act 3 aufziehen ein freund von mir hat mal die akula auf dem kopf gelandet in einer sauschweren mission die akula hätte nicht kaputt gehen dürfen ja ein durch die mission ist beendet dafür würde ich auch mal sagen der stream wird beendet es ist ein sehr toll jetzt heute gewesen morgen früh kommt noch bestimmt einer und jetzt wünsche ich euch eine gute da 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 da